ich versuche jeden tag sport in meinen alltag zu integrieren also egal ob ich mit dem hund gassi gehe oder wie eine fahrradtour mit den kindern machen ja also sport ist wirklich an erster stelle ich mache ganz regelmäßig yoga das ist so meine time da darf mich keiner stören und weiß meine familie also mit dem design team von socks haben wir gemeinsam ideen erarbeitet wie die neue kollektion aussehen könnte die socks kollektion richtet sich an frauen die einfach beim sport schick sein wollen in einer guten qualität mit tollen farmen und ich finde das ergebnis wahnsinnig toll und ja ich würde am liebsten jeden tag tragen mein tipp ich liebe die sportheit in schwarz und moose und dazu die schwarze fettjacke das ist meine traumkombi das beste in mir grüßt das beste in dir namaste